so was haben wir denn hier halbleiter naja gut so nach links und auch das wieder ein rätsel so schön ich glaube nicht dass jetzt hier ein vieh kommt weil wir wissen ja beide wieder cool war sich als soldat hier so alles an engineering kram mitmachen kann ja so das war gut super system freigeschaltet nicht so randalieren da immerhin was geht denn hier ab das ist mini mark ich habe hier wie ich sehe nur den text aber da ist da spricht mein sohn aus der figur und ich sehe hier nicht mal eine figur du hältst nix in der hand und der marka leuchtet rot nein tut er nicht obwohl doch das tut er wir bekommen besuch ich glaube du musst dann noch die folgen später angucken die brenner hier recht kurz und klein geschossen was bist du da hinten war noch eins am boden recker mach dich kalt doch ist doch schon ist hier schon kalt ja ja klar hier im betraum hast du nicht die figur gesehen hast du nicht die stimmen gehört du hattest nichts in der hand es war alles normal nur dass du luft aufgehoben hast ich hatte einen zinnsoldaten in der hand nein hat es nicht ich hatte einen großen zinnsoldaten in der hand schon gut chris das muss ich nachher da ist ne werksbank komm wir geht's gib mir eine halbe waffe warte auf parten können wir nur zusammen an der werkbank achso ich bin im falschen kannst ans rechte rangehen denn ja so ja ne neue waffe wäre eigentlich auch cool ich hätte immer bock mal wieder die umzubasteln du hast ja jetzt andere bekommen freundlicherweise was habe ich denn hier noch so kompakt elite mit planetcracker die hatte ich ja so oft schon benutzt aber ach die nehmen wir jetzt mal auseinander ein bisschen munition packen wir auch gleich mal weg so hm ich könnte sogar eine neue zusammenbauen ja was auch immer ich damit soll das ist eine andere frage und welche kommt denn welche nehme ich denn auseinander hm ich glaube ich nehme den mit dem ripper mal wieder auseinander ach wie kann ich denn den ach den neu einfacher ach jetzt kann ich ja mal eine waffe mit den koop putis machen mit dem spieler verbrauchte erste hilfe pakete heilen auch den partner auch schön schön so was habe ich denn jetzt einen kompakten elite oder einen kompakten ach ne ich habe mir was schwerer standard sonderrahmen ach so für die nexus sonderrahmen okay schwerer standard ein weiß ich gar nicht zweihand oder ein hand schlag mal was vor zweihand okay mal sehen was haben wir hier hübsches sei es mich eine explosive kanister habe ich eigentlich keinen bock drauf ab und zu wer so eine granate zwar eigentlich nicht übel aber irgendwie braucht man die glaube ich zu selten ne strom benutze ich auch so gut wie nie das könnte man mal machen das ja ich mache auch gerade eine tesla so und das untere ach erhöht den waffenschaden für spieler und partner cool nehmen wir strom ist eher eine nahkampfwaffe ne ja ich muss mal kurz gucken schaden was war nld ich weiß es noch mal nachladen ach so clip und tempo ne ja ok dann steht da gar nicht die reichweite uiuiui irgendwie entfernen wir eigentlich schön irgendwas was auf entfernung noch halbwegs gut schießt bleibt eigentlich nur der militär antrieb ja ok es könnte interessant werden reptierer ok bolas cutter vermittler tesla strahl ja den habe ich oder die strahlen kann ohne vermittler wäre auch gut ich habe zwei vermittler interessant kollege ich vermittel dir jetzt mal was ich bin ganz ohr ne die vermittler halt deswegen entschuldigung es war jetzt so ein blöder wortwitz ich lass es also verzeihung ok ne ich nehme mal den ich nehme mal den diffraktionsring der den kettenblitz auslöst klingt zumindest gut diffraktionsring ja quatsch ich quark weil man muss zurück 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 da ach so viel kann ich hier gar nicht machen na gut ne schrotflinte ne wollte ich ja nicht da muss ich wo eine von den spitzen nehmen ich habe ein vollautomatisches impulsgewehr interessant ach wir nehmen mal eins oh explosionsverstärker ok ich habe aber keine explosion ja scheiße ist ja wirklich nur verstärker ich dachte dann explodiert die munition noch hm na gut dann bleiben wir bei schadens groß ok ich nehme mal munitionshilfe hast du die auch drin äh nö ich noch 3 mal clipgröße für spieler und partner nö die habe ich nicht aber ich jetzt sehr schön und ja nehmen wir noch medizinische hilfe die habe ich auch oder wann ich habe hier noch munitionskiste was ist das legt die waffe automatisch nach sobald der clip leer ist ja das nehme ich mal das so und zwar nur für mich und nicht für dich aber ich muss auch mal egoistisch denken ja ok das untere tool braucht erheblich mehr schaden zack bisschen mehr feuerrate klar immer und noch mal bisschen hier was haben wir noch eins schaden plus eins clip klar und nachladen nehmen wir auch ruhig mal ey warum habe ich denn hier so eine mit minus die mag ich überhaupt nicht ey ne ne so schon besser plus eins nachland plus eins clip so und oben ja gucken wir mal was wir oben noch so haben feuer hier ich verkaufe jetzt mal alles was minus eins mit drin hat clip hinzufügen nach da so und das obere könnte ruhig noch ein bisschen mehr weiß ich gar nicht tempo ist das tempo eigentlich ich habe kein blassen plus zwei schaden plus eins nachladen doch klar das nimmer ich glaube ich habe eine total komische waffe gebaut und ja das zweite was mir gerade in den sinn kommt dass immer das folgen schneiden das wird bei sowas mal ganz ganz witzig so weil man die sieht schon die sieht schon komisch aus jetzt ich muss immer ins licht stellen am besten zum marker klar der sucher bot wartet jetzt einer bank ja weil wir auch gerade angekommen okay die waffe sieht schon mal witzig aus und oben okay das ist oben und unten ist ein mg alles klar damit kann ich leben ich habe nahkampf und fernkampf also boah was hast du hier gebaut ja deswegen ja ich wurde richtig aufgepasst egal tschuldigung meine zweitwaffe er hat ja noch mal kurz auseinander nehmen zumindest eins davon ja machst einfach eine andere spitze und gut ist okay ja dann auch genug zeit vertrödelt ich habe hier noch meinen sohn zu retten den du anscheinend nicht hören willst spiel du mal weiter mit deinem lager wart auf partner ist ein fahrstuhl alles klar wo das um was hält deine zielstrahlen die sind ja aus eng was ach hier gibt es doch ich werde irre ja und noch mal zurück ja jetzt noch mal die boxen hier auseinander nehmen naja immerhin ziemlich viel zeugs platino plus ein so aber wo müssen wir lang zurück anscheinend okay ich glaube wir müssen zurück ich glaube hier sind wir fertig ja komm wir müssen meinen jungen retten weil dich gefälligst ich habe gerade sowieso was in der hand gehalten nach der hand sieht auch sehr geil aus was müssen wir uns beeilen dann haben wir aufzutrügeln ja aber wir haben genug gespielt äh sauerstoff ist schon wieder weg deswegen müssen wir uns beeilen zerstört haben wir können denken sie wollen uns in dem schiff einschließen wir müssen hier raus wir sind falsch aber hier liegt noch zeugs rum ich bin dir einfach hinterher gerannt das habe ich davon ja du hast noch was gefunden warten auf was soll ich denn warten auch auf partner deswegen steht da mal warten ich bin doch da ja du warst gerade eben noch zu weit für die tür ich musste nachladen sorry ich habe eigentlich da ist allein okay mit dem komischen mit dem kettenblitz ding zu treffen ist gar nicht mal so einfach aber das sieht anscheinend ganz gut ja und meine sind die schüsse mit minuten dazwischen gefühlte minuten ja das geht schnell bei so einem spiel aber dafür sind die auch sehr effektiv ich bin ja einer tür muss die tür berühre muss sie fühlen sei die tür hinter uns cool ist das geprägt tatsache was meine munition mein schuss prägt ab und kann mehrere dadurch treffen ja ja könnte in der ziel würde ich verstehe okay dieser komische elektroschock schuss der macht schon echt ein bisschen was alles okay ich habe die hinter die umgebracht ich glaube wir sollten weitergehen okay hat sich mir gerade ebenso der gedanke eröffnet kommt gibt mir ein bisschen sauerstoff hier danke warte bleib hier bleib hier nimm hier noch mal sauerstoff mit vorsichtshalber ist voll alles klar wer weiß wann wir noch mal einen sauren stoff kommen mhm hihihi du 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 mhm hihihi ey der war fast so gut wie mein marker wortwitz ja mag er grad nicht hahaha äh ach da doch ein kleiner das herzschlagfeeling ist schon cool ähm werden das irgendwann weniger ja das wenn wir sie töten ich hab gefragt ob sie weniger werden nicht ob sie kleiner werden wieso stimmt ok naja aber war's das jetzt ob oder ok